Ich bin Christina Schudl und arbeite in der Grafik und Kreation im Weibel Team. Am Dienstag und Donstagnachmittag bin ich jeweils in unserer zweiten Filiale in der Arbolner Innenstadt. Ich merke besonders die abwechslungsreiche Arbeit, den persönlichen Kontakt mit unseren spannenden Kunden und das familiäre Klima im Team. Ich bin Christina Schudl und Donstagnachmittag.